Laut der internationalen Nachrichtenagentur Reuters wird Lenovo 51% des PC-Geschäft des japanischen Herstellers Fujitsu für mindestens 157 Millionen Dollar übernehmen. Die Vermutungen über die Übernahme stehen schon seit über einem Jahr im Raum. Der PC-Markt macht seit längerem eine Berg- und Talfahrt durch. Vor allem durch die Zunahme mobiler Devizes schrumpft das PC-Geschäft. Im Hersteller-Ranking liegt Lenovo nach Stückzahlen mit einem Marktanteilen von 21,6% weltweit knapp hinter Spitzenreiter Halbpension, 22,8% so das Marktforschungsunternehmen IDC. Der Hersteller musste jedoch in 8 von 10 vergangenen Quartalen einen Wachstumsrückgang verzeichnen.